Ja, servus ihr Roten. Hallo, hier ist euer DJ Goelsa. Ich bin hier beim Viertelfinale im Kreispokal Darmstadt. Im Viertelfinale tritt hier in Blau, die laufen schon aufs Feld, der A-Klassenverein vom Kroazer Griesheim auf dem Hartplatz von Tusk Griesheim. Deswegen musst du unbedingt hierher, weil die spielen nämlich heute auf dem Hartplatz vom Tusk, weil die haben nämlich kein Flutlicht bei Kroazier. Aber dann spielen sie heute im Pokal gegen die Spielvereinigung Seeheim-Jugendheim, Kreisoberligist aus dem Kreis Darmstadt-Kosgerau. Kreisoberliga Darmstadt-Kosgerau. Und da wollen wir gucken, wie das heute ausgeht. Da hinten sind die Favoriten noch. Die haben es jetzt über eine halbe Stunde hier warm gemacht. Es sind ungefähr 14 zahlende Zuschauer da. Fertsee, sozusagen. Hier heißt es auch Fertsee. Und ich muss dieses Auswärtsspiel unbedingt besuchen heute, weil ich war schon mal hier auf dem Sportplatz von Kroazier. Aber da die, wie gesagt, kein Flutlicht haben. Also Seeheim hat noch kein Tormann im Tor, also es wird noch kommen. Und dann machen wir das heute hier als Live-Podcast vom Spiel. Kreispokal-Viertelfinale, Spielbeginn jetzt A-Klassenverein Kroazier-Griesheim gegen die Spielvereinigung Seeheim-Jugendheim. Kreispokal-Darmstadt-Viertelfinale. Anpfiff ist 19,30 Uhr, kurz vor Spielbeginn. Ich lasse gleich hoch. Alle ob Gude oder DJ Goelta, lasst mir vielleicht ein Abo da. Jetzt ist der Zuschauer Nummer 17 gerade gekommen. Also zahlen der Zuschauer weniger als 20 im Moment.